Make the first move. Unser Alltag besteht fast nur aus Kommunikation. Wir führen E-Meetings, wir präsentieren, wir führen, wir chatten, wir telefonieren. Und wie testen wir unsere Kommunikationsfähigkeiten? Wir drehen ein Interviewvideo. Und senden es anschließend einem Coach zur Bewertung zu. Unser Feedback sowie das des Coaches ist immer subjektiv. Was ist nun die Lösung? Objektive KI-basierte Kommunikationsanalyse. Die User nehmen ein Video in unserer Cloud-Software auf. Die KI-Maschine wertet schnell und objektiv aus. Und liefert individualisierte Angebote für die Verbesserung. Und der Zyklus geht schnell und preiswert weiter. Das sind die Ergebnisse. Wir integrieren diese Analyse in unsere Software. Helfen Sie uns bei der Entwicklung des Prototyps.